Hallihallo Hallöchen und schön, dass ihr wieder am Start seid. Letzte Folge haben wir Patschua besiegt, beziehungsweise eigentlich nur den Würmer aus ihm herausgeholt, in der Hoffnung, dass die jetzt wieder ein bisschen friedlicher sind. Ist schon ziemlich traurig. Korruption bei Schutzgeistern habe ich auch noch nicht gehört. Patschua besiegt. Der Würmer ist aus diesem Ort weggekehrt. Okay. Entstanden. Also können wir da leider noch nicht viel anstellen. Ja, war schon ein ziemlicher Verrat von den roten Klauen. Aber wir haben es natürlich wieder alles geregelt. So links oder rechts? Ich würde mal sagen hier lang. Oder nicht? Hier oben lang? Die Sonne blendet so. Ich kann es nicht sehen. Oh, Moment. Hier müssen wir nochmal interagieren. Alles unsere Freunde hier. Das ist echt bitter. Hallo da. Hallo da. So. Declan, ich bin bereit. Auf meinem Weg jetzt. Androns blackseid ist aus dem Fluss. Ava und die anderen sind bereits auf ihrem Weg, um den Angriff zu erlangen. Ich glaube, jetzt wird einmal richtig heftig ausgerastet. Nachdem Herr Onawa und Patschua besiegt hat, die beide der Verderbtheit des Würmen zum Opfer gefallen waren, bricht Kahal zur Bohrinsel an der pazifischen Küste auf, auf die Watkins mit Adana geflohen ist. Dort trifft sich der Fianakrieger mit Ava und ihren Aktivisten. Deren Ziel ist, ist sowohl die Bohrinsel als auch die biologische Waffe zu zerstören, die dort gelagert ist. Das einzige, was für Kahal zählt, ist jedoch seine Tochter. Geil, geparkt. Ach, du stehst mehr da weiter drüben. Ja, wir hören ihr erstmal zu. Sie war immer sehr nett zu uns. Wenn wir nicht, was hier passiert ist, der ganze Welt ist verletzt, Adana included. Was bist du? Die Tests auf den Prisonern haben, die Ingerin zu entwickeln, ein Kompond, das als ein... ein Tractor für Banes. Viele Menschen verletzten, die Femurien sind, als Femurien. Dann die Gas Watkins benutzt in Nevada. Das ist der Biofuel. Sie entwickeln ein Methoden, um ihre Kompond in Gasform zu spüren. Und gerade jetzt, das ist, wo sie es produzieren. Menschen werden sich verletzten, sich verletzten in Femurien. Nur durch ihre Fahrzeuge fahren. Das ist das Erdbeerbrotokoll. Ja, dann müssen wir uns alle einen Tesla holen und schon ist das Problem erledigt. So, sie werden einen Weg finden. Wir müssen diesen Ort vernichten. Wir müssen den Ort vernichten, definitiv. Das kriegen wir hin. Ja, so ein Szenario hat man auch noch nicht. Apokalypse. Durch Autos. Aber da wieder ein Hoch auf die E-Mobilität. So, Sprengstoff haben wir genug. Auch Waffen. Ach, ich hätte mich so gefreut, wenn wir in dem Spiel mal hätten eine Waffe benutzen können. Klar, wir sind Werwölfe. Aber trotzdem. Ich bin ja trotzdem auch Mensch sein. Erste Gruppe. Sprengstoff platzieren und bereit machen. Anführer Marco. Zweite Gruppe. Verteidigung der ersten Gruppe. Anführer Declan. Dritte Gruppe. Verteidigung der zweiten Gruppe. Ach nein, Aufklärung und Überwachung. Anführer Mavar. Wir sind aber mehr als bereit. Machen wir. Rotgo wäre so stolz auf uns, wenn er sehen könnte, was wir hier erreichen. Aber leider kann er das nicht mehr. Oh. Auf jeden Fall. Ein hübscher Sonnenuntergang. Würde ich jetzt zumindest mal annehmen. Müssen wir uns auch mal ein bisschen umschauen. Was ist mit denen passiert? Die... Denen hat es nicht so gewirkt. War anscheinend sogar richtig, dass wir hier lang gelaufen sind. Und ich glaube, es war eine Abkürzung. Oder es ging vielleicht auch vorne gar nicht rein. Wird er leider nicht. Hör mich. Hör mich. Oder sind das noch unsere Kumpels? Nee, ne? Glaube ich irgendwie weniger. Oder? Ach doch. Ach, alles klar. Entschuldigung. Manchmal nicht ganz so leicht zu unterscheiden. Sie ist verbunden. Und jetzt müssen wir uns von Sektor zu Sektor durchschlagen, um unsere Tochter wiederzubekommen. Aber es scheint ja alles noch friedlich. Ich weiß nicht, wann die ersten Gegner auftauchen. Was ist das? Ach so. Ist doch was für unseren Geisterpunkt. Sehr gut. Hat das jetzt gereicht? Nee, leider noch nicht. Lasst uns mal noch ein bisschen rumschauen. Aber hier scheint es nichts weiter zu geben. Sie sagt, geh einfach weiter, wenn ich vor einem geschlossenen Tor stehe. Ist ja nett von ihr. Komisch, dass das Spiel hier... Ach so. Ich nehme alles zurück. Hier können wir leider nichts drücken. Aber ich glaube, da hinten geht der Weg lang. Da sind die Bösen. Armbrustpfeile haben wir genug. Einmal noch reingehackt und dann wird wieder... ein bisschen gemordet. Denn Mord ist ihr Hobby. Ach komm, geh doch weg. Also ich finde es auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass keine Exos mehr rumlaufen. Ich glaube, die haben wir hinter uns gebracht. Gibt uns nämlich auch wieder ein bisschen die Möglichkeit, hier etwas sanfter durchzukommen. Oh, jetzt haben wir den da hinten noch. Wollte eigentlich gerade Sabotage machen, aber dann sieht er mich, ne? Wohl, könnte klappen. Jupp, hat geklappt. Die laufen einmal kreis. Mist, jetzt liegt sein Schild noch auf der anderen Seite. Könnte auffallen. Woh, äh. Hallo. Machen wir nicht. Komische Kameraperspektive. Wir müssen wahrscheinlich einfach wieder alle erledigen. Aber wir haben es ja fast geschafft. Das dürften ja nur noch... Ach nein, der ist Muskelprotz. Ich dachte, wir schaffen es mal so. Wir können da hinten nochmal Sabotage durchführen, aber da sind wir natürlich genau im Blickfeld. Wo läuft denn er hier hinten lang? Ja, was war das? Leider steht er da und wir können ihn halt absolut nicht ausschalten. Natürlich fies, dass jetzt wirklich an dem einen hängt. Ich kann auch da drüben keine Sabotage machen. Wir könnten versuchen den. Ich möchte es mal probieren. Ihn mit einem Bellen wegzuloggen. Wegzuloggen. Ähm. Nö, ist nix. Ja, jetzt haben wir den Alarmbereitschaft verbracht. Aber er ist zum Glück nicht der schnellste. Aber wir können zumindest hier mal eben Sabotage durchführen. Aber das Ziel ist halt immer noch hier. Und wenn das mitten im Raum schwebt, wir haben es gelernt. heißt das eigentlich alle vernichten. Und ihn kriegen wir halt leider nicht leise vernichtet. Ich würde es gerne nochmal probieren auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber es ist nicht machbar. Ihr seht es. Was soll ich machen? Ah, das kommt natürlich direkt Verstärkung. Das ist ärgerlich. Wegen dem einen haben wir jetzt ganz schön Zeit vertrödelt. Es tut mir sehr leid. Ich habe ihn leider erst sehr spät gesehen. Ich wollte es halt doch nochmal probieren. Ambrust haben wir nicht probiert. Ob Ambrust gegangen wäre, aber ich glaube nicht. Zumindest haben wir bei beiden Anlagen Sabotage betrieben. Macht uns das Leben ein bisschen einfacher. Wir könnten einmal Ausrasereien. Barker, rasende Angriffe. Mal 60 sind wir schon. Na, wer lebt denn noch? Er wird nochmal zur Eiderbeule. Nein, keine Eiderbeule. Sondern Stachelbeere. Ach ja. Ich sollte es nicht mehr sagen. Wie schön das ist, dass wir keine Exos mehr haben. Ey, 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 ey. Das gibt es hier auf gar keinen Fall. Das müssen wir wirklich verhindern, dass das durch die Autogase hier freigeschalten wird. Oder freigesetzt wird. Ich bin auf meinem Weg zum nächsten Sektor. Da ist ein Helipad, nicht zu weit von dir. Das sollte man zu diesem Sektor-Terminal haben. Dann schnell dahin. Na gut, da müssen wir jetzt tatsächlich auch nicht weiter leise sein. Ich würde trotzdem bloß mal noch ein bisschen nach Geisterpunkten Ausschau halten. Aber ansonsten können wir hier einmal ausflippen. Hier geht es nicht auf. Hier haben wir einen Eingang. Tja, warum wohl? So Sabotage würde ich halt wirklich gern betreiben. Aber ich wüsste gerade auch gar nicht, wo. Aber was ich gern probieren würde, wäre... Wäre mal mit der Armbrust auf so einen Fettsack zu schießen. Auf so einen Muskelprotz. Wäre mal wissen, ob das was bringt. Ich dachte, er hat sich nur die Stirn gekratzt. Aber nein, das war das Funkgerät. Wäre eigentlich witzig gewesen. Gerade zu ihm hätte es doch gut gepasst, wenn er nur so gesagt hätte, da ist schon wieder so eine Mücke hier. Aber ja, dann let's, fetz. Ach, dieser Angriff. Ah, mir hat überhaupt gar keine Chance. Aua, muss doch nicht sein. Ja, wir haben uns mittlerweile eigentlich gut unter Kontrolle, ne? Verlegt mal, im ersten Level... Als wir das erste Mal in Raserei verfallen sind, haben wir gleich unseren Kumpel getötet. Und mittlerweile können wir das alle fünf Minuten und beruhigen uns danach wieder. Ah. Jetzt kommen die Einhörner wieder. Au. Uh, wir müssen mal heilen. Die haben es doch ein bisschen in sich... Ey. Nicht dein fucking Ernst. Das ist ja fies. Ganze Spielern konnte man nirgendwo runterfallen. Und jetzt kommen die auf einmal mit so einer Scheiße hier an. Das gibt Rache. Das könnt ihr wissen. Das gibt richtig Rache. Aber ist doch noch geschafft. Ist doch cool. Muss wieder aufpassen. Ich möchte mich nicht mehr hier hinten in der Ecke bewegen. Ach, hör doch auf. Dass wir auf einmal runterfallen können, war mir nicht bewusst. Es tut mir sehr leid. Aber Einhorn mit Hornattacke hat's geschafft. Wir können Schutzgeister von den roten Clown besiegen. Wir können Wehrwölfe vernichten. Aber wenn Einhorn kommt, da ist Schicht im Schacht. Ah, ich bin nicht so nah an den Rand hier. Hast du noch keine Einhörner da? Dann geht's. Komm schon. Ah, ist mal ein bisschen Verschwendung. Er war schon fast tot. Ah, ein schneller Vigor 2. Nehmt der Exo noch? Komm, lasst meine Raserei nicht verklingen. Er steht einfach nur noch da. Er möchte nicht mehr. Er hat keine Lust. So, und jetzt kommen Einhörner, ne? Ja, jetzt kommen die Einhörner. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt diesmal die schnelle Haltung. Und gehen direkt erstmal auf die los. Nicht die schnelle, die starke Haltung. Entschuldigung. Und geschafft. Zweiter Sektor befreit. Ich bin im Nordsektor. Jetzt was? Der Terminal ist nach unten. Und alle die Gäste sind in deinem Weg. Ja. Hier rein oder hier drüben rein? Das ist die große Frage. Hier drüben geht's gar nicht rein. Ist doch nicht die große Frage. Dann machen wir uns jetzt hier nochmal an den Nordsektor. Mal schauen, ob wir es dann in der nächsten Folge schaffen, schon unsere Tochter wieder zu sehen. Ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Morgen 16 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin. Macht's gut. Dann geht's. Ich bin im Nordsektor. Ich bin im Nordsektor. Ich bin im Nordsektor. Vielen Dank.